Was geht, Leute? Mein Name ist DaddyJazz und willkommen zurück zu einem neuen Minecraft-Video. Nun, ich spiele mit Logo und Gambo und wir machen eine Challenge im Nether. Und ich meine, ihr wisst ja, ich habe schon einige Male Minecraft in der Vergangenheit gespielt. Allerdings das neue Update, ich habe es nicht einmal gespielt. Und wir spielen einen neuen Update im Nether. Nun, auch wenn Logo die Regeln so ein bisschen erklärt, erkläre ich es jetzt auch im Intro nochmal. Und zwar, wir gehen in den Nether ohne Items, ohne gar nichts. Da haben wir eine gewisse Zeit und die Person, die am meisten stirbt, die verliert. Und wenn zum Schluss alle gleichhaft gestorben sind, dann gibt es zum Schluss ein PvP-Battle. Wo quasi jeder gegen ihn kämpft, um den Sieger herauszufinden. Zum einen, ich war noch nie im Nether ohne Gegenstände. Nie, auch nie in meinem Leben. Und zum anderen, ich war noch nie im neuen Nether. Ich kenne diese Wesen dort gar nicht. Beziehungsweise, ich habe sie noch nie gesehen. Also ja, das war das erste Mal. Abonnieren kostenlos, um nicht immer im Nether zu sterben. Und lasst uns noch oben dafür mehr Videos. Dass wir einfach gucken, wer am Ende die wenigsten Tote hat. Okay, das ist gut. Genau, es gibt verschiedene Kriterien. Die Welt ist übrigens eingegrahmt. Oder also eingebordert. Ihr könnt verhungern, ihr könnt verbrennen, ihr könnt von Monstern angegriffen werden. Whatever, es gibt ja viele Gefahren im Nether. Und ich würde euch einfach bitten, euch zu bewegen und nicht einfach in die Wand einzugraben. Weil das wäre natürlich der einzige Cheatweg. Ihr baut euch einfach in die Wand ein, wartet 30 Minuten und sagt am Ende, hey, ich habe es geschafft. Deswegen würde ich jetzt schon voraussagen, am Ende machen wir fettes PvP-Battle. Oh mein Gott, ich verstehe nicht, wie ich die Items bekommen soll. Ich kenne diesen Nether-Ord gar nicht. Ich dachte, du hast Minecraft durchgespielt. Ja, aber doch nicht auf dieser Version. Ach so. Da ist was dran. Das ist ärgerlich. Okay. Gabo? Ja? Kann ich bei dir bleiben? Ja, klar. Danke. Klar? Komm mit. Also, im Endeffekt kannst du jetzt komplett im Nether überleben, wenn ich der richtigen Annahme bin. Das müsste möglich sein. Echt? Du kannst komplett im Nether leben. Okay, na dann. Ach so. Oh nein, ich bin untergefallen. Okay, du hattest wirklich mehr Glück als Verstand, Alter. Da unten war ein Lavaloch. Aber Gabo wäre auch fast reingefallen. Ja, ich wäre aber auch fast reingefallen. Hast du auch so viel Leben verloren wie ich? Nee, nee. Gabo, gar kein Leben verloren. Nee, er ist nicht runtergefallen. Verdammt, ich lasse euch alleine. Tschüss. Oh Gott, bitte nicht Logo. Er kriegt Holz. Okay. Das ist Holz, ne? Ja, ja, das scheint Holz zu sein. Ich habe es selbst, also... Es gibt halt super viele Gefahren im Nether. Ich hoffe, ihr freut euch. Nein. Das ist zwar super spontan und im Endeffekt ist nichts weiter vorbereitet, außer das Scoreboard, aber eigentlich ist es... Ich würde sagen, jetzt so vielleicht erst mal 20 Minuten Vorbereitung und dann kloppen wir uns aufs Mord. Oder wir machen 20 Minuten Friede und dann kloppen wir uns gegenseitig die Fresse ein. Das war exakt das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Also ich bin nur für den Frieden, aber meinetwegen... Ich habe nur auf Fressehaut verschaut. Mir geht es nur darum, auf Fresse zu hauen. Ich mache das nicht weg. Guck, dass ich natürlich als gebildeter Minecraft-Veteran natürlich bestens im Bilde bin, wie ich hier überleben kann. Aber warte mal, Werkband kann man aber nicht machen. Doch, doch, kannst du. Hier, warte, du kannst auch die hier benutzen. Achso, danke. Hey, wie hast du die gemacht? Die gehen bei mir nicht. Nicht? Nein, bei mir gehen die nicht. Du musst das vorher fahren. Du musst doch das Holz erst bearbeiten. Kann man die Dinger hier essen? Also ich werde mir erstmal ein Holzschwert machen, weil was anderes... Oder kann man sich bei dem neuen Never auch ein anderes Schwert machen? Du kannst dir theoretisch alles besorgen. Echt? Auch Eisen und sowas? Ich glaube Eisen auch, ja. Dann mache ich mir noch eine Axt noch. Dann mache ich mir noch eine Axt. Das kann ich aber nicht mit Holz abbauen. Dafür brauche ich mindestens Stein, oder? Oh, ist ja noch besser. Oh, das ist ja noch geiler als geplant. Wieso? Ich sage nichts. Er würde es uns nicht sagen. Betriebsgeheimnis. Ich habe Hero Brine einbauen lassen. Was hast du? Das finde ich gar nicht gut. Ich höre, wo ich nie was Gutes gehört habe. Ich büte mein Minecraft zusammen durch. Ja, das klingt super nice. Vor allem mit denen. Ich habe eine Menge Holz, aber mehr auch nicht, leider. Ja, ich baue jetzt auch erstmal ein bisschen Holz ab. Und dann würde ich sagen, wir sollten Gold abbauen. Weil das ist das einzige Rohstoffding, was ich hier kenne. Ich weiß nicht, ob es hier Eisen gibt. Eisen in Nether? Ich habe noch nie Eisen in Nether gesehen. Also als Erz nicht. Oh, ich habe auch was gemacht. Ja, hier ist ein Zoo. Oh, was, was, was? Ey, ihr habt auch Time of Alive, oder? Ich habe vom Nether keine Angst. Ich bin Minecraft Veteran. Das ist doch easy peasy. Außerdem war ich auf dem Anarchi-Server ewig im Nether. Also ich bin auch mit dem Pro hier, mit Gumbo. Der spielt schon seitdem er geboren ist, Minecraft. Ja, genau. Mein Gott, Alter. Der hat uns die letzte Rätsel-Map geschmissen. Aus dem würde ich mich nicht verlassen. So wahrscheinlich wegen dir, oder? Ja, ja, wegen dir. Guck mal, wer ist er denn? Hallo. Hast du einen Freund gefunden? Oh. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich gehen. Soll ich dir helfen? Ich helfe dir, Loro. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Alter, hält ja viel aus. Nice. Okay. Warte, Ofen. Wir machen einen Ofen hier. Äh, auf Stein. Ja, ich weiß, aber. Ich nenne mal, kann man Stein finden? Oh, Gambo, du wirst sterben, Alter. Okay, nein. Wir werden sterben. Wir werden alle sterben. Oh, warte. Die Dinger. Warte. Oh, Gott, oh, Gott. Lauf, 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 lauf. Ich lauf da. Oh, Gott, das ist das erste Mal, dass ich in dieser Minecraft-Welt überhaupt bin. Warte mal, ich habe eine Idee. Was für eine. Gib mir Gold. Ja, es funktioniert. Oh, Gott, tut er ihn, tut er es. Warte, er hat ein Goldschwert. Er hat ein Goldschwert. Lass ihn attackieren. Attackieren wir ihn. Komm schon, attackieren. Attackieren doch. Komm schon, bitte. Bitte attackieren. Attackieren doch. Hilfe. 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 Bro, Loro, du bist so ein Sadist, Alter. Der arme Junge. Mein Herz. Mein Herz. Mich greift er nicht an. Mich greift er nicht an. Nee, 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 nee. Oh, Mann. Mich greift er auch nicht an. Also, ich bin ab jetzt Team Gumbu und nicht mehr Team Logo. Ist du mir leid? Da bin ich ab jetzt. Keine Ahnung. Also, ich war es schon millionenmal im Leather, aber nicht in dieser Version. Oh, was war es jetzt? Was jetzt? Bis Gumb. Oh, Gott. Ah, Kollege, hey, ich wollte, ich wollte eh mal. Oh. Hä? Kann ich das Gold haben? Ach so, warte mal. Warte mal, der ist Geldgeil, oder? Hier, ähm, Ding, ähm, äh, hier, nimm das mal in die Off-Hand. Ich denke, der lässt er ab. Danny, du warte, warte, Danny, ich komme. Ich habe ihn abgehalten. Das würde ihn aber nicht ewig halten, was ich ihm in die Hand gedrückt habe. Das befriedigt ihn nur kurzweilig. Warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nimm das hier mal in deine Off-Hand. In meine Off-Hand? Ja. Ach so, ja, meinst. Wenn du eh drückst, kannst du es in die zweite Hand nehmen. Ich denke, dann lass ihn ab. Mann, ey, ist fürchterlich, mit solchen Minecraft-Noms unterwegs zu sein. Hör zu, ich habe den Ender-Dragon alleine besiegt, auch den Wither, okay? Ich bin stolz auf dich, Danny. Absolut. Ich will nur, dass du das weißt. Ja, ich bin sehr stolz auf dich. Ich muss immer durchatmen. Oh mein Gott, der Nugget bringt nichts. Was, der Nugget bringt nichts? Ja, der Nugget bringt auch nichts. Oh mein Gott. Man muss irgendein Rüstungsteil anhaben. Ach, Bullshit. Ich dachte, der Nugget bringt was. Warum sollte denn dann der Nugget helfen? Ja, ich dachte, vielleicht irgendwas. Hauptsache, es glänzt, Alter. Chill. Hab ich euch verloren? Ich habe euch verloren. Hab ich euch verloren? Ich glaube, ich habe euch verloren, oder? Ah, Gammbo ist damit jetzt schon mein letzter. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich werde auch gleich sterben, weil, ganz ehrlich, ich brauche Rüstung. Ich brauche irgendwo Rüstung. Ich muss Gold finden. Wo ist Gold? Ich muss Danny finden, weil irgendwo da ist und sie immer in ganzen Sachen. Oh, oh, der hat einen Bogen. Der Typ hat einen Bogen. Eine Armbrust, meinst du? Ja, die Picklings, die haben eine Armbrüste. Oh mein Gott. Und die sind, ich dachte, die attackieren mich nur, wenn ich sie attackiere. Ne, 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 das sind die Neun. Also, es gibt die Zombie-Pickmans. Oh! Die greifen nicht. Die Neun sind auf Testo. Genau, diese Picklings sind absolut insane. Die greifen dich nur nicht an, wenn du halt Goldrüstung trägst. Also, ich habe nur noch ein halbes Herz, würde ich so kurz erwähnen. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt noch lebe. Ich muss aufhören zu rennen. Sonst fällt. Das Ding ist halt, dass einem irgendwann auch der Hunger wird einem halt auch irgendwann zum massiven Problem. Ja, das stimmt. Okay, ich bin halt irgendwo an der Stelle. Ich vermisse euch, Jungs. Oh, bitte, bitte, oh, bitte. Oh, ich habe recht Gold abgebaut. Gold! Aber ich habe kein Essen, ich brauche Essen. Ich sterbe gleich. Ne, das ist kein Gold, das sind Goldnuggets, glaube ich. Ich brauche noch einen Asks. Oh, 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 oh. Bitte sagen wir, du stirbst, bitte. Ich meine natürlich, ich bitte sagen wir, du stirbst nicht. Ich bitte sagen wir, du stirbst nicht. Einfach Double-Zeit. Okay, alles cool bei mir. Ich habe Goldnuggets, kann ich aus Goldnuggets eine Goldbahn machen? Ja, kannst du. Sehr gut. Und dann halt die Rüstung. Du musst mir einfach fünf Euro bei Paper schicken, dann mache ich das. Okay. Danke dir, danke dir. Du bist echt nett, wirklich. Never, aber es ist pay to win. Ja, doch, aus neun Nuggets kannst du. Ah, okay. Ein Gold aber nur. Oh, mein Gott. Das feier ich dort gar nicht. Das ist zu wenig. Oh, da hinten. Logo. Ich habe noch ein halbes Herz. Hast du was zu essen, bitte? Ich habe zwei Herzen nicht. Du hast doch vorhin das Fleisch aufgesammelt. Ich weiß, aber ich habe es gegessen. Du hast aber direkt gegessen. Oh, Mann. Ich hatte Hunger. Es tut mir leid. Du bist auch kein einziges Mal gestorben? Nee, ich bin auch noch nicht gestorben. Das Ding, ich habe ein halbes Herz. Ich bin leicht tot. Lass dich nicht beim Gold abbauen erwischt. Dann zerstören die dich. Oh, Gott. Echt? Die nehmen das richtig persönlich. Ja, ja. Die nehmen das wirklich persönlich. Voll die Geldgeile. Ich weiß gar nicht, ob die das nur für sich selbst wollen oder ob die einfach den Nether mögen. Ist mir egal. Hauptsache, die lasst mich am Leben. Ich habe schon mal Schuhe an. Ich muss mal ganz kurz raustappen. Ich muss meine Monitor-Ehrlichkeit höher stellen, Alter. So. Alter, mein Monitor ist viel zu dunkel. Ich sehe im Nether nichts. Also. Gar nichts. Ich glaube, ich ganz ehrlich, ich glaube, ich werde mich gleich... Warte mal, die Items verhält man aber nicht, wenn man stirbt, ne? Nein. 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 Schön wär's. Gleich ein halbes Herz. Oh, nein. Nein. Irgendwann. Nee. Äh. Oh, nein. Ich muss meinen Pizze hin und schlafen. Okay. Bis dann, ne? Ähm. Also, kurze Update-Info, nur ein Herz. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe zwei. Ich habe zwei. Ich gewinne, ja. Nein, es geht ja nicht nach Leben. Es geht ja nach dem Tod. Oh, endlich sehe ich auf was. Oh, herrlich. Das Ding ist, ich muss irgendwie an Essen kommen. Wie ist der beste Weg, im Nether an Essen zu kommen, ohne zu kämpfen? Ich habe gerade schon versucht, Pilze zusammenzulegen, aber das bringt nichts. Nee, die Pilze kann man nicht. Das sind nur Dekorationspilze. Ich glaube, es wäre auch irgendwie strange, wenn man die Pilze aus dem Nether essen könnte. Ja, klar, aber hier ist alles strange gerade. Ich würde sie essen auf jeden Fall. Er ist so verzeiht. Apropos Pilze, Alter. Da ist mir gerade was eingefallen. Das soll ihn gerne riechen. Ich habe so Big Brain. Warte mal. Warte mal. Ich habe Pilzen riechen. Ja. Oh, warte mal. Hier sind auch normale rote Pilze. Was? Oh, warte. Ich sehe auch Pilze dort. Ich brauche jetzt nur noch die braunen. Warte, dann kann ich was essen. Die braunen. Oh nein, da ist gerade ein Endboss auf meinem Weg erschienen. Oh mein Gott. Ach, du brauchst rote und braune oder wie? Ja, ja, man braucht beide. Okay. Und wie? Ja, schon mal Fliegenpilze alleine gegessen. Mega. Und wie musst du den ansortieren? Nebeneinander tun einfach... Das ist egal. Du brauchst eine Schale und dann zwei Pilze und dann hast du eine Suppe. Eine Schale? Jetzt kann man so... Ja, aber Schale einfach drei Holz. Wie eine Sichelform. Okay, okay, mach ich jetzt. Das ist easy, aber jetzt musst du halt beide Pilzarten finden. Eine habe ich, aber die andere bin ich nicht. Okay, ja, ich habe auch die rote. Was hast du? Ich habe auch die rote. Oh nein, wir hätten uns teilen können. Ja, ja, stimmt. Wir hätten uns teilen können. Fuck, Mann. Das war der geilste Pilzsucken-Kram, den ich jemals geschnabuliert habe, Alter. Du beide Pilze hast. Oh mein Gott. Du bist halt... Aber ich habe ja noch einen braun. Ich will halt nicht sprinten, das ist das Problem. Wo habe ich denn diese Holz... Ach, ich habe mir vorhin einen Holzachstummer. Mann, Alter, ich bin am Arsch der Welt. Wenn ich eigentlich noch nicht gestorben bin, ist alles gut. Oh, ich habe mich so versteckt. Bro, was passiert? Ich weiß nicht, wieso auf einmal kam irgendwas. Pickling, was ist ein Pickling? Na, das sind diese... Oh, der kam von nirgendwo. Der kam von... Diese hier, du da... Diese aggressiven Dinge. Ja, genau. Die kennt man doch. Oh mein Gott, ich habe alles verloren. Ich werde jetzt wieder Holz sammeln. Für mich ist es Neustart. Ich bin einmal gestorben. Wer noch? Sag mal, ich bin der Einzige. Ne, ich bin ja eben schon gestorben. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Schadenfreude hoch 10. Ich lebe noch. Ey, aber das ist spannender, als ich gedacht hätte. Es ist so simpel, aber trotzdem so... Aber in wie viel Zeit haben wir denn? Ich würde sagen, wir machen jetzt noch so 20 Minuten. 20 Minuten, okay. In 20 Minuten wird sicherlich noch einer von euch sterben. Äh, oh nein, bitte nicht. Er hat noch... Ach, nein. Ich suche jetzt mal nach Pilzen, weil Pilze sind echt ein guter Temp. Und ich gehe weg von dieser Stelle hier. Wieso bin ich hier eigentlich beim Spawn? Die wollen mich halt töten. Wenn man da respawnt. Danke für die... Dad, oder? Danke, Schöter. Danke für die Bemerkung, wirklich, Gambo. Keine Jungs. Ich wüsste nicht, wie das... Also, ich dachte, man spawnt einfach wieder an der Oberwelt. Ohne dich wäre ich schon mal... Oh Gott, okay. Holz abbauen, Holz abbauen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Oh mein Gott, ich bin... Oh mein Gott, ich bin der glücklichste Mann auf Erden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was denn? Was denn? Was denn? Ich habe ganz viele braune Pilze gefunden. What? Oh mein Gott. Es ist so lost, man. Ich hasse Frederik, man. Aber ich lehne da so viel dazu. Ich lehne da so viel dazu. Ich wusste nicht, wann ich Pilze überlebt. Ich habe mir braune Pilze. Ich habe mir braune Pilze. Ich habe mir braune Pilze. Okay, Pilze. Ich suche jetzt auch welche. Ich kann regenerieren. Ich regeneriere, Jungs. Oh mein Gott. Sie sind doch... Ich habe so viele viele Pilze. Oh mein Gott. Da ist ja bei jemand sehr gehypt. Feier ich das gar nicht. Ich gönne dir das nicht. Es tut mir leid. Ich gönne dir das einfach nicht. Ich bin nicht ganz ehrlich. Guck mal, wenn du nett bist, dann gebe ich dir vielleicht einen braunen Pilz ab. Was hältst du davon? Oh, naja, ich gönne dir das doch. Ja, ja, doch, doch. Ja, ja. Du bist ein Kollege. Oh, mein Guter. Du bist ein Kollege. Warte mal. Mein Brie. Das sind Blume. Gibt es hier Blumen in der Sache? Nee, glaube nicht. Dann ist es, glaube ich, ein Pilzen. Ja, es gibt es ein Büsche oder so. Es gibt diese komischen Pilze. Oh, ich habe braune Pilze. Oh, what? Wahoo. Wie man sich über diese dummen Pilze freuen kann. Ja, wie folgt er nicht. Ich bin sogar wieder richtig full gerackt. Oh mein Gott, ich habe Schiss. Ich glaube, ich gehe auch runter. Ich glaube, da sind Pilze. Oh Gott, ich habe gerade so Schiss. Warte, sind das Pilze? Ich glaube, das sind blaue Pilze. Ich glaube, ich habe auch blaue. Ja, ich habe beide Pilze. Rote, blaue Pilze. Wild. Ganz, ganz wild. Ich baue mir jetzt ein Haus. Ich baue mir jetzt ein Haus. Let's go. Warum baust du denn? Der wird die Challenge nicht so gut verstanden. Weil deswegen. Weil deswegen. Okay, ja dann. Ja, genau. Also, wenn du das so sagst, dann ergibt das ja auf einmal total viel Sinn. Ich baue mir jetzt ein kleines Haus. Mir ist egal. Ich will meine Ruhe haben. Ich bin weg. So. Ich will jetzt aber meine Pilzsuppe schlürfen und in Ruhe gelassen werden. Okay, also wie mache ich das? Also, wie ordne ich das an? Wo kommt die Suppe hin? Wo kommen die Pilze hin? Na, die Pilze. Die Schale kommt unten und die Pilze kommen oben drüber. Dann kann man in egal welcher Konstellation sich eine Pilzsuppe machen. Okay, das funktioniert nicht. Wieso nicht? Kermesimpilz. Ist doch das Richtige, oder? Ja, nein, nein. Den Pilz kannst du nicht nehmen. Oh Mann. Du brauchst die original Pilze. Du brauchst die roten und die braunen. Die aus der Oberwelt. Genau. Und es gibt da die Blümchen und die Bienchen. Ich habe mich da voll gefreut. Über die Bienchen? Ähm, naja, über... Ja. Oh mein Gott, habe ich viele Pilze, Alter. Ist ja geisteskrank. Oh mein Gott, ihr seid so glücklich. Ich beneide euch so hart, Alter. Oh fuck, ich brauche Holz. Bitte stirb, bitte stirb. Ich würde niemals sterben. Ich würde niemals sterben. Weil ihr seht vor euch den einzig wahren Minecraft-Profi. Basti GRG, schaut mich an. Shots feiert. Ja, von dir hat man schon vieles gehört, auf jeden Fall. Habe ich schon damals gehört von dir, dass du der Beste bist. Du willst doch nur meine Pilze, Alter. Du willst nur meine Pilze. Ich will nur an den kurz riechen, okay? Nur an den ganz kurz riechen. Weil du mir so schmeichelst, könnten wir eventuell doch vielleicht bei oder so. Oh, danke. Ja, also... Also soll ich dir was... So, jetzt könnt ihr staunen. Passt auf. Soll ich dir was im Gegenzug geben? Liebe. Oh, Liebe. Oh, naja, kann ich dir genug geben. Zumindest für Pilze. Solange meine Pilze reichen, meinst du? Ja, genau. Oh mein Gott, ich habe... Oh Gott. Also, um was kurz noch zu sagen. Ich bin jetzt stolzer Besitzer von einem Steinschwert. Ich habe ein Wirpels gefunden. Was ist ein Wirpels? Den kannst du auch nicht essen. Oh mein Gott. Der findet alles, alles außer Essbaren. Die jagen mich die Erzelt und dann muss ich sprinten und dann verhungere ich wieder. Und dann fliege ich... Oh mein Gott. Mensch, ich freue mich schon in einem Monat mit euch die Challenge nochmal zu machen. Aber da füge ich wirklich Hero Brian hinzu. Warte, geht das? Also jetzt ehrlich? Ja, ich glaube, ich würde das hinbekommen. Ich rufe den an. Guter Kollege von mir. Okay, Hero Brian, aber der ist doch eigentlich schon crazy oder nicht? Ja, der kommt dann und schlägt nur dich und der spawntrappt dich einfach die ganze Zeit. Und ich stehe daneben und denke mir so, yes, yes, yes. Finde ich das gar nicht geil von dir? Ich bin da schon ganz lustig gerade. Ich sag mal, es gibt lustige Sachen und es gibt Sachen, die sind zumindest für YouTube unterhaltsam. Okay. Ich meine, ich habe die falschen Pilze, die er hat auf. Vor allem wie er sich gefreut hat. Der tut mir doch voll leid. Das ist echt richtig frustrierend gerade. Also wenn ich dich irgendwo sehen sollte, bekommst du zwei Pilze von mir. Danke. Ich habe hier ein paar Kollegen gefunden, ne? Ich bin verwirrt. Mama, Papa, könnt ihr mir helfen? Ich muss hier runter. Ich weiß heute nicht, was ich tue. Aber findet man diese Pilze dann alle im Wald? Ne, ne? Nicht nur. Ne, die normalen Pilze kannst du auch auf dem Netherrack finden. Ja. Ich habe meine auch komplett... Na, auf diesem roten Stein. Ach so, stimmt. Ja, ja. Auf dem man langsam geht. Ne, oder war das ein anderer? Ne, ne, das ist Soulstein. Ach so, genau. Okay, okay. Das Standardmäßige, was hier überall ist. Okay. Oh mein Gott, da ist schon wieder einer dieser... Ey, die haben den Nether echt viel schwerer gemacht. Das stimmt. Wird den jetzt viel lebendiger. Greifen die mich an, die Kollegen? Greifen die mich nicht an, ist die Frage. Freund oder Feind, ne? Ich bin verloren. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht mal, wo oben und unten ist mittlerweile. Du musst ja nur drauf pokern, dass Gambo noch mal stirbt. Ja, oh mein Gott, ich war so happy. Oh mein Gott. Und ich wollte meine Pilze mit dir zeigen. Ich meine natürlich... Oh, was sage ich da? Was wollte ich da? Was sage ich da? Was sage ich da? Ich bin so trottet. Mich hat es überkommen. Wie konnte ich nur? Es tut mir leid, dass ich die Wahrheit gesagt habe, dass du sterben sollst. Ach so. Du kannst deine Pilze für dich behalten. Ich brauche deine Pilze nicht für eine eigene. Ja, jetzt bin ich geschafft. Ich werde jetzt eigene Pilze suchen und die finden. Ich habe ja schon einen roten. Du kannst hier auch einfach anbauen. Du kannst einfach auch einen auf den Boden legen und warten, bis es weiterkommt. Das mache ich nur bei meinem Gras. Das passt schon. Kann man das überhaupt? Ich weiß nicht, was Pilze anbauen kann. Aber man ist ja ein Profi. Ich meine, das geht sogar. Das dauert halt nur zwei, drei Stunden. Ach so, ja gut. Warte mal. Ich habe eine Idee. Oh Gott. Dieser Typen sind mit, denen kann man echt nicht spaßen. Und du hast es wirklich eingezäumt hier. Hä? Also wäre ich aber bei euch geblieben, hätte ich jetzt auch Pilze. Ich stehe vor einem Schatz und ich kann ihn nicht ergreifen. Okay, das liegt aber einfach nicht so happy. Ich stehe auf einem Berg von Goldblöcken und kann ihn nicht abbauen. Wieso? Weil man dafür eine Eisenspitzhacke braucht. Weil man dafür eine Eisenspitzhacke braucht. Uff. Ja gut. Das ist jetzt natürlich ziemlich belastend. Wolltest du Goldstüter machen? Oder was wolltest du mit dem Gold machen? Ich wollte das dann alles traden. Ach so. Oh Mann, ich finde einfach die Pilze nicht. Ich bin so frustriert gerade. Oh mein Gott. So. Wo seid ihr denn? Ich vermisse euch irgendwie voll. Irgendwie will ich euch wiedersehen. Blauner Pilz. Blauner Pilz. Let's go. Let's go. Zwei blaune Pilze. Let's go. Let's go. Kann ich es dieses Mal schaffen, einmal mir eine Suppe zu machen? Yes. Ich habe eine Suppe. Ich habe eine Pilzsuppe. Alter. Ich habe drei weinende Obsidian. Das ist ganz schön crazy, wie viel das Essen wieder macht. Die Pilzsuppe ist echt krass. Das ist crazy. Okay, jetzt brauche ich nur noch rote wieder. Ich glaube, ich brauche mich hier rüber. Ihr beschäftigt euch noch mit sowas. Ich bin hier hart am Grind. Was? Weil wir kämpfen zum Schluss, ne? Oh, komm mal. Ich würde nur kurz sagen, ich habe keine Rüstung. Ich habe gar nichts. Ich habe auch nur meine Goldboots. Du hast immer meine Goldboots. Ich sehe hier gerade einen Zombie-Pickman auf einem Hut. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich werde es euch aber natürlich nicht verraten. Schade. Ich dachte mir, du teilst mir vielleicht deine geniale Idee mit. Niemals. Niemals in deinem Leben. Okay. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Ich bin echt los. Ich werde sterben. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mir gerade fast eingekackt. Heilige Scheiße. Also bist du nicht tot. Ich bin nicht tot. Aber ich wäre es fast gewirkt. Alter. Okay, jetzt ganz vorsichtig bleiben. Oh mein Gott. Wie dasselbe Voraussetzung. Und bam, Reiner. Ich habe nur auf den Moment gewartet. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur das. Jetzt habe ich mir alles versaut. Ich hatte so gute Karten. Warte. Und dann standen die da alle auf einem Block. Oh mein Gott. Oh Mann, Alter. Holy Shit. Du könntest einen Plugin erstellen, womit man so einen Timer hat. Was ich meine? Ja gut. Ja, das könnte man machen. Beim nächsten Mal. Ich glaube, ich höre ein Glas. Ich habe ein ganzes Ehe wahrscheinlich komplett los. Die Position finde ich nie wieder in meinem Leben. Ja, das kann natürlich sein. Okay, jetzt ist jeder einmal gestorben, richtig? Ja. Okay, sehr gut. Oh, hier ist Lava. Kacke. Tja, was tue ich jetzt? Oh no. Das kann er das Gold nicht bekommen, weil dieser verdammte Lava im Weg ist. Oh Gott, du machst mir Angst. Alter. Der hat mir eine Kopfnuss gegeben. Ich bin in Lava gelandet. Warte, bist du tot? Aber du bist nicht gestorben. Nee. Ich bin... Also, das war nur so eine Lava-Pfütze. Ach so. Ich konnte relativ schnell... Ich verbrenne. Ich verbrenne. Hör auf zu brennen. Oh Gott. Okay, ich habe... Ich sammle jetzt so unnormal viel Gold und werde mir dann was richtig Geiles draus erstellen. Das wäre... Ihr werdet es nicht erwarten. Hey, perfekt. Oh, hier ist so viel Gold, Alter. Hier ist so viel Gold. Oh mein Gott. Wollte einfach zu viel, dich, Idiot. Aber ohne Rüstung, wenn du schon gegen einen kämpfst von den Picklings. Die machen dich fertig. So. So. Okay, perfekt. Ich habe vier Gold-Button. Dann werde ich jetzt mal das erstellen. Oh mein Gott. Damit werdet ihr nicht rechnen. Jetzt bin ich... Also, nach der Ankündigung bin ich echt gespannt. Okay, damit werdet ihr schon rechnen. Das ist klar. Na gut, jetzt hängt es... Jetzt hängt es doch ein bisschen am PvP-Battle. Heilige Scheiße. Ja. Jetzt wird ihr gekämpft. Warte, wir sagen vorher an, bevor... Wir sagen natürlich, ja. Wir sagen an. Okay, aber du bringst uns dann an einen Punkt, oder? Ja, genau. Ich bringe uns alle an einen Punkt und dann hauen wir uns auf Fresse. Okay, gut. Es ist sehr ärgerlich, dass wir trotzdem vorweg sind. Geh mir doch mal was Gutes, Mann. Guter Pizze. Okay, solange mich jetzt keiner angreift, der von irgendwo kommt, sollte ich sicher sein. Let's go, let's go, let's go. Ich bin so verankt. Ich bin in der... Ich hatte eine 50-50 Chance, dass ich in die richtige Richtung laufe. Und bin in genau die falsche Richtung gelaufen. Sehr gut. Oh Gott. Ich höre... Oh, oh, oh. Das ist nicht so schwer. Mein Bitter, lass mich hier rüber. Oh, oh, das sind Endermänner. Ja, die gibt es jetzt auch im... Achso, ja, die kommen da. Ja, klar, das weiß ich. Warte mal, die Stiere können auf Lava laufen, oder was ist das dort? Nee, das sind diese... Mini-Gars. Nee, nee, diese Mini-Gars. Hä? Der läuft auf Lava. Ja, ja, die können auf Lava... Ja, ja. Die können auf Laufen Lava. Ja, ja, die können... Ich habe vor allem dann Angst, sorry. Können wir mit dem Battle beginnen? Äh... Bitte? Okay, warte, dann lass mich kurz noch... Okay. Baue ich mir noch ein bisschen was ab. Strider heißen die. Damit kann man auf Lava laufen. Wenn man die zählen. Oh, ich habe eine Höhle hier gefunden. So gute Karten. Ich hatte gerade eine Kiste gelootet, wo ich mir zwei Goldblöcke rausgezogen habe. Aber kein Problem, da ich ja der geborene Minecraft PvP-Spieler bin, werde ich ja bei Easy Racken. Ja, du hast eh einen Vorteil, deswegen. Aber Gambo ist doch bestimmt auch gut, oder nicht? Nein, nein. Wie, du machst doch täglich Videos, oder nicht? Nein! Aber... Ja, genau. Und würde dich einfach fertig machen. Und wieso ist mein Kollege Ryan gerade nicht dabei? Äh... Hm... Ich weiß nicht. Die Regieabteilung, da ist wohl ein Planungsfehler oder so unterlaufen. Irgendwas, dass er nicht eingeladen wurde für so... Also ich... Hm... Weiß auch nicht, wie das passiert ist. Frängi! Okay, ich bin bereit. Ich wollte euch sagen, ich bin bereit jetzt. So, dann tp ich euch jetzt. Oh, danke, okay. Oh, hi. Hi. Okay. Ich habe ein Goldschwert. Das macht mich mehr Schaden als Holz. Scheiße, mein Plan ist nicht... Okay, dann... Bye! Wir sehen uns im nächsten Mal. Das war dein großer Plan? Ja. Du kannst mit deinem Mauszeiger da drüber hafern, dann siehst du... Genau, das haben wir irgendwann mal eingeführt, dass du siehst, wie viel Schaden das macht. Ja, aber ich habe jetzt nicht... Oh, mein Gott. Aber ich sage dir ehrlich, ich habe auch am Anfang gedacht, dass es mehr Schaden macht und habe mir auch eins gemacht. Okay. Das ist nur weniger Haltbarkeit. Ja. Aber es sieht cooler aus. Es sieht cooler aus, genau. Das ist ein weird Flex, aber ja. Okay, wo wollen wir uns treffen? Ja, wir sind doch... Ich habe euch doch jetzt alle hier schon herteleportiert. Warte mal, NotGambo, du hast eine komplette Rüste aus Gold. Na, mir fehlt die Hose noch. Dir fehlt die Hose noch? Du tust so, als hättest du fast gar nichts. Okay, wo wollen wir kämpfen? Na, wir kämpfen hier. Jetzt habe ich gedacht. Okay, ja, drauf geht's. Wollen wir jetzt anfangen? Ja, wir fangen jetzt einfach an. Okay. Wir fangen jetzt einfach an. 3, 2, 1, go. Go. Gambo rennt einfach weg. Nein, ich musste hier bei diesem Pikmin einfach nur einmal weglaufen, oder? Ah, okay. Okay, ich warte hier kurz und ich schaue kurz aus... Es wird nicht so, dass er seinen Skin umgedreht hat. Das macht mich verrückt. Danny, Danny hat das noch nicht einmal gesagt. Ich tote jetzt Logo. Ich tote dich. Der sieht dich nicht. Mein Gott, ich tote dich. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ich habe Probleme. Ich habe Probleme. Oh! Okay. Tote Logo. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Okay, tote Logo, tote Logo. Nee, nee, nee. Jetzt bist du dran. Komm her! Bitte nicht, ich habe nur noch ein Leben, zwei Leben. Komm her! Zwei Leben, zwei Leben, zwei Leben. Oh Gott. Okay, wir sind weiter auf, wie wir rausgehen sollen. Ich habe so Schiss. Ich war nicht fertig. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh Gott, ich habe so Schiss vor dir. Komm her. Oh, wie viel Geld hast du gefarmt? Oh mein Gott. Werdes nicht wieder zurückkommen. Ich gucke dich gar nicht an. Komm, greif mich an. Gambo, ich schaue gar nicht an. Ich habe mir den Rücken zugedreht, Gambo. Komm schon. Oh mein Gott. Hörst mich einfach ran. Hörst mich einfach ran, Gambo. Ich bin wieder im Spahn. Oh, dann geht es hier mal ein bisschen Licht. Also, wer gewinnt gerade? Ah! Oh mein Gott. Er ist an Falschhaden gestorben. Oh! Okay, Respekt an Gambo. Respekt. Also, beim nächsten Mal ganz ehrlich. Oh nein, das ist so peinlich. Gegen Gambo zu verlieren. Alter, dieser kleine Baby, das läuft weg, wenn man schlägt. Wie süß. Also, GG, Gambo. Du bist der beste Minecraftler der Welt, offiziell. Easy going. Oh, hi. Ja, das war auf jeden Fall spaßig.